Und Abteilung im Arbeitstempo 3. Anfang rechts dreht, links marschiert auf, Mars. Anfang, Halt. Abteilung zu einem Rechtsbrech ab, im Arbeitstempo 3. Abteilung Wolke, Marsch, dabei mit der inneren Hand überstreifen. Durch die Länge der Bahn wechseln. Durch die ganze Bahn wechseln, dabei Schritte verlängern, bei F wieder im Arbeitstempo. Abteilung mit Mittelschritt. Anfangen Sie extra klein, Marsch. An der kurzen Seite rechte Hand. Dem Mittelschritt durch die halbe Bahn wechseln. Abteilung mit Mittelschritt. Abteilung im Arbeitstempo Trab und an der langen Seite eine einfache Schlangenlinie. Auf dem Zirkelgericht. Abteilung im Arbeitstempo Galopp, Marsch. Auf dem Zirkel. Abteilung. Abteilung mit Mittelschritt. Abteilung in Arbeitstempo Trab und aus dem Zirkel weg. Abteilung im Arbeitstempo Trab und aus dem Zirkel weg. Abteilung im Arbeitstempo-Galopp, Marsch, die ganze Bahn, dabei die Galoppsprünge verlängern, bei H wieder im Arbeitstempo, die Abteilung im Arbeitstempo-Galopp, die Abteilung im Arbeitstempo-Galopp, Marsch, die Abteilung im Arbeitstempo-Galopp, Joachim bei H. Bis zum nächsten Mal.